Jalo4 fragt, warst du mal in Mexiko auf so ne Techno-Trans-Goa-Party, hab gehört, da geht mies sowas DopeboyBerlin fragt, sorry, ich muss nochmal ganz höflich fragen, kommt bald neue Musik, Bro Nuri fragt, was in meiner Pipeline ist und ob ich Twitch durchziehe Du warst noch nicht in Jamaika, oder? Wenn du mal Bock hast, sag Bescheid, ist echt mega Aber du kennst den Vibe ja schon von Tulum, ist wirklich ne andere Welt, oder? Da hat man echt eine andere Motivation, wenn man morgens mit der Sonne aufsteht Damals hast du Gamechanger gemacht, hab dein Slang übernommen, YouTube it in man Auf jeden Fall, Digga, Gamechangy-Vibes, Bro Diese Ed-In-Man-Filme, so, das kann mir keiner absprechen, auf jeden Fall Narcos, die dritte Staffel, schon fertig, normal, Bro Durchgezogen, durchgesuchtet, innerhalb von zwei Tagen oder so Wann fliegst du wieder ins Meer? Och, ich weiß nicht Schauen wir mal Ich muss jetzt schon lachen, bevor ich vorlese Jalo4 fragt, warst du mal in Mexiko auf so ne Techno-Trans-Gore-Party? Habt gehört, da geht mies sowas ab Boah, Bruder, Digga, ich schwöre dir, Bro Die haben grad wieder angefangen, als ich abgehauen bin Boah, ey, sowas habt ihr in eurem Leben noch nicht erlebt, Bro Also ich war halt auch wirklich auf den abgefucktensten Auf den abgefucktensten Jungle-Partys Mitten im fucking Jungle Also wirklich im Jungle Es gibt ein paar Partys, die sind so Ich mein, Tulum ist ja generell schon Jungle, so, ne Und dann gibt's ein paar Partys, die so um Tulum herum sind und so Und dann gibt's wirklich Partys, die so anderthalb bis zwei Stunden Du fährst wirklich in den Dschungel rein Anderthalb bis zwei Stunden in den Dschungel rein Über Über Dingens hier Also keine Straßen oder so Da gibt's nur einen kleinen Weg, der führt in den Dschungel rein Und dann fährst du, wir sind anderthalb Stunden in diesem Weg gefahren In den Dschungel rein Und dann kommst du auf einmal an der Location an Da ist auf einmal Licht Und, äh, Bruder, da sind Leute spielen mit Feuertänzer Und diese ganze, also, faszinierend Und dann fährst du, wir sind qualidade wirklich faszinierend was ich da gesehen habe so eine erlebnis und sowas habe ich in meinem ganzen leben noch nicht gesehen und erlebt so krank wirklich krank digga krank bro dann stehst du irgendwo mitten im dschungel und da ist eine heftige location aufgebaut die leute tanzen bruder dj's oh mein gott bro also vor digga wenn ich jetzt daran denke so der jungle partys war schon auf jeden fall eine erlebnis wert so ich war also beachclubs hin oder her ich war auch in den ganzen beachclubs und hab da auch ich meine partys am beach am strand direkt ist auch geil ist halt alles sehr wie soll ich sagen normal so irgendwie natürlich haben wir kein beach in deutschland und so aber wer schon mal irgendwie im ausland ein bisschen war ein paar beachpartys mitgemacht hat so das geht so in so eine richtung auch wenn halt der vibe noch mal extremer ist frauenwander auch wild und alles krass und so aber diese jungle partys wurde wirklich mitten im dschungel bist die geben dir noch mal so ein neues erlebnis dass es haben mir auf jeden fall so ein ganz krasses neues erlebnis gegeben was ich so in meinem leben vorher noch nie erlebt habe so also jeder der in tulum ist der tulum ist der muss auf jeden fall oder ein paar der kamen aber meistens in tulum und die besten muss auf jeden fall auf jeden fall so eine jungle party abchecken kostet ungefähr so 100 100 bis 120 dollar wird dann mit shuttle bus abgeholt und so ist auf jeden fall erlebnis wert freunde general 08 10 sagt was geht bruder nach sieben wochen jamaika back in germany abfuck alter was geht bei dir müssen schnellstmöglich wieder weg hier bleib stabil und pass auf dich auf general da ist eine endlich einer der mich so richtig nachvollziehen kann obwohl du warst nur sieben wochen in jamaika überlegt mal ich war zehn monate in in mexiko so ja wie war es bei dir also ich muss sagen die ersten tage waren geil einfach weil ich mal wieder meine familie gesehen habe und diese energie so dass man wieder in seinem eigenen land ist war schon schön und jetzt kommen langsam step by step immer mehr abfucks dann habe ich eine woche depression gehabt der gar jetzt merke ich schon wieder melanin geht weg hautfarbe wird heller d3 fehlt bauchschmerzen kommt ein bisschen und so aber ja da müssen wir jetzt durch die da müssen wir jetzt durch warst du bei tabu in tulum normal war mein zweiter stammladen jungle is massive wicked jungle it in man meinst du jungle musik das genre oder einfach party im dschungel ne ich mein party im dschungel bro nur rie fragt was in meiner pipeline ist und ob ich twitch durchziehe es ist das ziel auf jeden fall ist der plan ist der plan ist der plan ich habe jetzt am anfang vom stream schon mal so bisschen reingehört was die leute sagen ob ich lieber hier stream soll oder auf youtube hat sich jetzt ein bisschen rauskristallisiert dass auf jeden fall viele leute den twitch chat hier mehr feiern ich fühle mich hier auch ein bisschen wohler muss ich ehrlich sagen also ich will mir das auch aufbauen weil ich wie gesagt auch wirklich wichtig finde glaube ich heutzutage dass man sich so viele plattformen aufbaut wie möglich weil man nicht weiß wie lang man noch unzensiert auf den plattformen überhaupt stattfinden kann weißt du man weiß nie wie schnell sein kann dass auf youtube nicht mehr so ist wie früher und dann ist es halt geil irgendwie noch eine andere plattform zu haben wo man sich mitteilen kann und auf so eine sache muss man heutzutage in den heutigen zeiten muss man auf jeden fall achten wenn ich mir hier auch ein bisschen so eine reichweite aufbauen kann dann dann ist es einfach gut für mich und meine zukunft denke ich auf jeden fall wollte ich hier die nachricht noch von general 0 18 leon ist genauso wie bei dir bei mir ist gerade absolute deprivphase und man einfach sieben wochen das alte leben zurück gehabt in jamaika und jetzt hier der ganze müll das kann es einfach nicht sein bruder wir müssen hier schnellstmöglich wieder weg die drehen alle durch unglaublich bleibst du wie du bist bester man bro ich fühle deine sätze gerade so krass der gar auch diese euphorie in deinen sätzen so wie schlimm sich das anfühlt so ich denke ja ich bin halt immer vorsichtig das so richtig rauszuhauen wie wie es mir wirklich geht und was ich hier wirklich fühle weil ich immer das gefühl habe dass leute dann sich auf den schlips getreten fühlen oder denken dass ich irgendwie was gegen die habe oder gegen das land habe oder so weißt so aber es gut zu fühlen und zu wissen dass es menschen gibt die auch du weißt auf jeden fall wie ich mich fühle ich weiß wie du dich fühlst bruder das gibt einem schon kraft auf jeden fall kurz update warum nicht mehr in mexiko und was sind jetzt die pläne bro gibt es keine pläne digga gibt es auch kein richtiges update zu verfolge einfach so die videos weiter und die streams weiter und dann bist du mit dabei so lieber live dabei als jetzt pläne zu erzählen so weißt du einfach live dabei ich bin mit plänen sowieso vorsichtig digga weil ich mich in der vergangenheit auch schon öfter mal widersprochen habe oder mir selber auch widerspreche und auch oft halt weiß ich nicht vielleicht auch mal umentscheide und dann wieder doch eine neue irgendwas passiert was mir neuen gedanken gedanken anstoß gibt und wo ich dann wieder umentscheide und so und ich habe keinen bock mich jedes mal recht zu fertigen weißt du es macht keinen spaß digga wenn ich das gefühl habe dass leute dann da immer so eine rechtfertigung haben wollen so weißt du hey bro du hast doch warum so bla 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 besser ist wenn ich mache ihr verfolgt ist und fertig oder das war das coolste bruder müssen wir uns müssen wir uns beide seiten nicht so viele gedanken darüber machen sondern einfach im moment sein serto sagt man fühlt sich man fühlt sich meine mutter hat geschrieben grüße gehen raus falls du siehst man fühlt sich in seinem alten leben nicht mehr wohl da man sich als mensch im ausland verändert hat man hat sich definitiv als mensch verändert hundertprozentig ja das wird aber auch erst bewusst wenn du wieder in dein altes leben in anführung also ich bin jetzt nicht in meinem alten leben zurück ist ja irgendwie was neues auch wieder jetzt gerade hier in der umgebung auch aber es ist definitiv so und das richtige bewusstsein dafür bekommst du erst wenn du da wieder hin zurück ist sowieso dann wird dir auch bewusst was hat sich eigentlich geändert so wie habe ich mich verändert wie hat sich die das land verändert wird sich die umgebung verändert so das ist auf jeden fall egal selbst wenn ich nächste woche wieder zurückgehen nach mexiko so da hat sich für mich sehr viel getan weil ich durch diesen switch und durch dieses leben jetzt gerade wieder in deutschland auch für mich realisiert habe was ich alles darüber gelernt habe was so dinge die ich jetzt auch hier gerade verarbeitet die ich drüben erlebt habe und so dieses pendeln oder dieses hin und her ist was gutes bro und ist voll traurig dass manche leute einem das als schwäche oder so du hast es nicht geschafft in mexiko oder so ein scheiß digga weißt du und es nervt halt einfach so habe die stream haben die streams jetzt in deutschland einen ähnlichen weib wie in mexiko das musst du mir als zuschauer sagen bro ich denke dass schon unterschied ist ich fühle mich euch auf jeden fall verbunden ein bisschen und bisschen näher weil wir hat das dasselbe leben quasi also wir leben in derselben realität gerade wir müssen mit denselben gegebenheiten klarkommen so weißt du man fühlt sich ein bisschen näher verbunden mit den leuten in deutschland so manchmal in mexiko war es für mich auch voll schwer eure fragen und dieses alles so nachzuvollziehen weißt du tat mir manchmal schwer manchmal habe ich sogar auch in falschen hals gekriegt und so weil ich einfach halt auch ja eine andere lebensrealität habe und mir nicht mir nicht bewusst war wie ihr hier gerade seid und warum stellt die sonne fragen und so habe ich mich immer manchmal gefragt so weißt du aber ansonsten muss ich sagen natürlich geil so wenn die wenn die wenn die sonne schön reinknallt und man irgendwie bisschen vibes hat so auf der anderen seite war es auch immer so dass man so schnell wie möglich bock hatte offline zu gehen damit man an den strand kann oder irgendeine andere sache fabrizieren kann so ist so also das hat alles seine vollen nachteile hast du noch kontakt zu alex dem brei yes sir ich war doch da gewesen guckst du nicht meine instagram story bro schnell auf insta folgen digi du warst noch nicht in jamaica oder wenn du mal bock hast sagt bescheid ist echt mega aber du kennst den weib ja schon von tulum ist wirklich eine andere welt oder da hat man echt eine andere motivation wenn man morgens mit der sonne aufsteht aber ich glaube du warst es auch der in jamaica die story gepostet hatte mit heißt im club ne wo ich die re gepostet habe einen tag bevor ich zurückgeflogen bin war das glaube ich ne in jamaica war ich noch nicht aber in der story habe ich auch zu justin gesagt in der story sah das so krass aus wie tulum sah einfach genauso aus wie tulum aber ich glaube jamaica wäre auch geil für mich oder ich glaube das wäre auch nice auch weil da mehr dunkelhäutige menschen am start sind so wie ist dort ich glaube sogar fast lebenserhaltungskosten und sowas eventuell noch günstiger als in tulum ne tulum ist halt relativ teuer muss man ehrlich sagen bonn sagt bruder wenn sara mit dir ein interview machen würde würdest du es machen bro was denkst du warum ich meine community darüber schicke und sagt schreibt die alle in die kommentare und die ims rein damit die ein interview mit mir macht natürlich bruder das ist das ziel jamaica der flug ist extrem teuer nur nur spontan sagt damals hast du einen real talk über marihuana gemacht habe das so gefühlt und wala das hat mir gut hat mir gut gefühlt hatte ähnliches durchgemacht habe das damals so gefeiert ich küsse dein herz bro viele leute haben diesen talk gefühlt und viele leute ich habe auch glaube ich ein paar leuten ein bisschen motivation gegeben wie schaut es bei dir aus bro buff it in noch oder buff it out bruder buffy vibes ja man das war echt jamaica ist tulum wirklich sehr ähnlich aber alles ein bisschen gechillter ist halt auch dritte welt bruder flug mit condor 500 euro hin und zurück okay crazy buffy vibes aber in maßen digga buff gerade ein aber alles extrem eingeschränkt digga fühle ich jamaica ist nicht nur buffen jamaica ist ein paradies leute geile strände geiles essen geile landschaft und mega coole leute ja bro normal ist es nicht nur buffen wer das denkt der ist durch der ist durch yo hab dich abonniert weil ich dein interview mit dr vodak gesehen habe joker noisy yes sir bro i like that man geiles interview muss ich nochmal teilen dope boy berlin digga dich fühle ich zu hart bro das fühle ich zu hart gerade buff it out zu lang war buff it in bei mir wenn legal wird schwer für mich lol voll dope boy berlin fragt sorry ich muss nochmal ganz höflich fragen kommt bald neue musik bro waitin it out man wait on it schreibt er ey ist nichts geplant digga ich sag's dir einfach ehrlich so wie es ist es ist gerade nichts geplant bro es ist nichts geplant gerade aber man weiß nie in der zeit wo wo heißt im club sonne und video rausgekommen sind war auch nichts geplant weißt du und dann sind die drei dinger im monatsabstand rausgekommen also kann schneller gehen als man denkt kann aber vielleicht auch ein bisschen dauern je nachdem bro je nachdem ist echt viel gerade also gerade ist echt viel nichts geplant dafür würde ich sogar spenden bro für geiles video echt ja so motiviert oder was bruder das halt echt das ist das motiviert also das das motiviert auf jeden fall krass immer wieder zu sehen dass es menschen wirklich gibt die halt wirklich drauf warten dass da noch was kommt so ich danke euch auf jeden fall das motiviert mich auch das motiviert mich auch muss dazu sagen es war halt alles nicht so geplant weißt du auch mit den ersten musik videos oh shit man joker noisy hat noch mal 1000 bits da gelassen bro skr faustet in man stark was ich sagen wollte das war halt nicht geplant mit der musik dass die da zu dem zeitpunkt rausgekommen ist das hat sich alles so ergeben weil auch alex gerade da war und so und das ist halt immer immer wieder so bei mir gewesen dass ich dinge nicht richtig geplant habe und die dann passieren und dann kommt vielleicht nichts mehr nach ja sorry auf jeden fall für die leute die gewartet haben ich bin froh dass ich überhaupt es geschafft habe jetzt schon was zu veröffentlichen auch mit dem ganzen struggle den ich hatte zu der zeit und ich höre niemals auf daran zu glauben und es wird definitiv auch weitergehen serto sag leon schau mal mein tulum vlog würde mich sehr freuen youtube serto dien kommen als abschlusshandlung hier noch mal ein aus der community supporten das machen wir doch gerne dafür stehen wir doch dafür stehen wir mit unserem namen hier